Die Nerven wird voll, weil sie dann immer sich, ja, das ist ein Problem, sie nehmen sich und das Blatt immer. Wenn sie zum Beispiel in Sport laufen, ist einfach beide nur rum und gar nichts. Die Nerven kann eine schlechte Note, wenn ich von hier aber keine schlechte Note spielen wollte. Der Bapp ist doch wieder auf! Der Bapp ist doch ein bisschen guter. Der ist eigentlich nicht drauf, wenn du willst. So haben wir acht Leute rausgekommen. Ja, die haben halt in Bayern, sehen wir mal bei Abschluss halt bei, wir hatten eine Chance, Sechner, die blocken den Schuss ab, haben sie halt so im Sechner gerade noch so den Ball bekommen, die sind schüttelhaft, ja, und die fähre jetzt noch weiter. Was war die höchste Niederlage? Ja, was war die höchste Niederlage? Mein höchstes Niederlag in Bururabach war 10, 9, 1.